. 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 fest in der ecke von robin krasnitschi der bis dahin schon eine gute leistung gezeigt aber das war sein spezial schlag angekündigt in der ersten runde wenn der aufwärtshaken mal kommt und richtig rift dann hebt der gegner ab und das war eben weil dann so der nun wirklich alles geschluckt hat hier francesco pianeta gratulierter war es der fall da hat er den abflug gemacht diok tschepski aber er ist angespannt er wusste der gegner ist hart gewesen und immer gefährlich jawohl da kann er sich feiern lassen aber ein toller sieg hier und das gegen die nummer vier der wda-rangliste das will schon was bedeuten war nicht irgendeiner sondern das war ein weltklassemann und den hat er da weggefegt robin krasnitschi mit seinem konditionsbilder der forschung jetzt schauen wir noch mal zu die rechte noch mal die rechte so einer kopf dieses ding hier wunderbar aufwärtshaken wieder mit der rechten habe ihn oben angeboxen dann hat er durchgezogen und schauen sie ja mal ja das sind siegertypen gruppenbild mit sieger hier tschepski ja ein hartes stück in arbeit aber toller kam